Wir wissen beide, dass du etwas hast, das mir gehört. Und du wirst uns nicht verlassen, bis du es zurückgegeben hast. Ich will dieses Kind nicht. Und warum nicht? Dieses Kind ist von Diego. Was willst du, Sophia? Dass die ganze Welt erfährt, dass deine Schwangerschaft eine Farce ist? Du wirst Geld verdienen und kannst dein Kind weggeben, sobald es auf die Welt kommt. Zwei Teelöffel davon werden den Fötus in dir töten. Ich mach mir einen Tee. Willst du auch einen? Ja. Catalina, trink aus dieser Tasse. Die ist nicht mehr so heiß. Ein Zeuge, der in ihrem Hotel arbeitet, hat erklärt, dass sie einen Erpresserbrief erhalten haben, in dem Geld gefordert wurde. Dafür würde niemand erfahren, was mit Cristina Olmero passiert ist. Du hast mit diesem gerissenen Weibstück geschlafen? Was verwirkst du noch alles vor mir? Der Belastungszeuge arbeitet im Hotel und wird um sechs Uhr vor dem Richter aussagen. Bring ihn um. Cristina! Hallo Julio!